Die folgenden HPV-Infektionen beim Mann machen können, sind das Auftreten von gutartigen Veränderungen der sogenannten Feigwarzen-Bildungen im Genitalbereich, die sogenannten Condylomata Accominata. Das ist keine bösartige Erkrankung, die wir sehr häufig finden im Genitalbereich, die nicht oder in der Regel nicht bösartige Veränderungen ergeben, auch nicht sich dazu entwickeln, aber sehr unangenehm und lästiger und in der Behandlung immer wieder rezidivierend sein können und damit einfach den Mann sehr stören können. Die Veränderungen im Nasen-Rachen-Bereich, die sehen wir selten. Das ist etwas, was in erster Linie eine Domäne der Hals-Nasen-Ohren-Ärzte bzw. der Zahnärzte ist, die die Kontrollen im Nasen-Rachen-Bereich auftreten. Wir sehen zunehmend Condylome und Feigwarzen-Bildungen, also auch Rachen-Papillome im Rachen-Bereich, beim Mann beinahe fast die häufigste Veränderung, die auftreten kann, sodass hier Kontrollen insbesondere bei Risikogruppen ein Thema sein können. Was sind Risikogruppen gerade für den Nasen-Rachen-Bereich-Bapillome? Das sind homosexuelle Männer, da ist es ein Thema, das häufiger auftreten kann, immunsupprimierte Patienten, also Männer, die zum Beispiel eine Transplantation hatten oder Männer mit chronischen Erkrankungen, Auto-Hummon-Erkrankungen. Dort finden wir gerade HPV-Infektionen im Genital als auch im Nasen-Rachen-Bereich häufiger. Ein Bereich, wo ebenso diese Infektionen auftreten können, ist jetzt nicht nur der Nasen-Rachen-Bereich und das Genital, sondern auch im After-Bereich. Auch hier treten Condylome immer wieder auf bzw. sie können auch Karzinome, also sei es die Vorstoffe der sogenannten Dysplasien- oder Karzinome-Bildungen auftreten. Aufgrund der hohen Durchseuchung und der hohen Infektionsrate mit HPV-Viren ist dies ein häufiges Problem. Das HPV-Virus heißt nicht, wenn man einmal damit infiziert ist, dass man immer die Infektion trägt, sondern es gibt eine gewisse natürliche Clearance, nennen wir das, also Selbstreinigung und Immunität, die bei einem Großteil der sowohl Männer als auch Frauen innerhalb von einem Jahr stattfindet. Ein gewisser Teil verliert diese Infektion nicht und daraus können sich dann letztendlich weitere vorige Karzinome entwickeln. Wenn es die Selbstheilung gibt, dann bräuchte man ja eigentlich gar keine Immunisierung und keine Impfung. Nur die Durchseuchungsrate und die Infektionsrate ist zu hoch, dass immer wieder Infektionen auftreten können. Also selbst wenn ich einmal infiziert war, wieder das Virus verloren habe, kann ich neulich wiederum eine Infektion bekommen und deshalb ist die Impfung besonders wichtig. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020